Ja und herzlich willkommen zurück zu 2 Weiter geht's hier in dieser Erinnerung, war es ja glaube ich oder irgendwie sowas Mal schauen was uns jetzt hier erwartet und was wir zu sehen bekommen Skelett Todesursache, massives Schädeltrauma Okay, sonst können wir nichts untersuchen Da war was In dem Hebel fehlt eine Stange Lass mich geraten, wir müssen eine Stange suchen für den Hebel Einfach sonst nichts springen Okay, what the hell Hebelstange aufheben Kalzifizierte Überrest eines Zyklotenwesens Unbekannter Herkulat Okay, wir haben jetzt eine Stange Von da kamen wir Können zwei warten hier auf uns Ähm, hier unten war das Okay Interesting Was ist denn das? Proben sammeln Der perfekte Organismus Spielt die zweite Rückblende Eine Rückblende war's Und da sind wir zurück In unserem Monster Da sein Haben wir hier sonst noch Irgendwas? Ich weiss doch gar nicht Tja gut, wahrscheinlich müssten wir jetzt eigentlich da unten lang Sonst Würde es ja keinen Sinn machen Wenn sich das Aufmacht Okay, wir können nach oben Und Biomasse abgeben Was wir auch tun müssen Hm? Nein Ah 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 Okay, wir können uns hier in drei Dinge reinquetschen. Habe ich die Person einfach halbiert? Kann das möglich sein? Scheint fast so, ne? Weiter geht's. Botanischer Garten. Okay. Okay, überall ist eigentlich zugesperrt, ausser nach unten. Nach unten auch. Also wir müssen hier lang Vorsicht, Laser, irgendwas nicht in der Strasse sehen. Okay, da ist einfach das Tor dort drüben. Ein Durchgang mehr. Laserscanner im Betrieb. Das war's. Okay, wieso soll ich jetzt hier Biomasse abgeben? Okay, der Laserscanner schliesse ich die Tür. Fuck, 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 Fuck! Mit der Spass bin ich tot. Ich bin so gesehen tot. Was? Okay. Ich glaube, das kann mich jetzt einfach manchmal ein bisschen auszulassen. Ich glaube, so kommt man am besten ausziehen. Okay, kurz speichern, neu aufladen. Okay, eine Tür, ein Durchgang zerbrochen. Ey, ich öffne doch keine Tür. Ich werde doch ernsthaft einen da mit einem Flammen werfen. Holy shit. H항! 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 Okay, dann war ich gerade ein bisschen ruhiger. Okay, nein, nicht wieder mehr Drohne. Okay, nein, nicht wieder mehr Drohne. okay habe ich halbwegs gut geschafft und ich bei es gleich ohne den Fortschritt hier festzuhalten geht es hier oben offen fuck okay das war's das war's für mich wo ist Wasser ja genau halbtot ja gut das das war's das war's nice okay dann muss ich anders rangehen oh shit alter mach denen Schaden ich gehe gleich speichern weil ich möchte das hier nicht nochmals erleben oder auch nicht ich muss speichern okay ich muss doch nicht speichern ja da können wir erst speichern von daher ist es egal zum Glück das wäre jetzt nervig die Zeit immer wieder zu sehen okay das zweite öffnet sich da schon was das schlau was das schlau oh oh Holy shit! Okay, das war ziemlich doof, ehrlich gesagt. Okay, das bringt absolut gar nichts. Okay. Nee, das bringt uns hier nichts. Ja, dann geht's einfach weiter. Okay, was kommt jetzt dazu? Neue DNS absorbiert Photokinese. Verform das Licht, um dich unsichtbar zu machen. Nutzung benötigt Energie. Okay, LB. Okay. Okay, spannend. Sorry, manchmal bin ich ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen schwer von Grip. Ja, aber wo können wir denn jetzt lang? Nein, ist die Abkürzung gut? Und das letzte Siegel ist gebrochen. Und somit würde ich sagen, war es das wieder von dieser Folge? Und... Äh, wie heisst das Spiel nochmal? Ah. Genau. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es hier weitergeht. Tschüss. Tschüss. Tschüss.